Hier sterb ich immer. Immer. Oh Gott. Jetzt ist alles schon los. Du erfüllt mein... ...vom Armut erschlagen. Echte... ...schock gestorben. Also Kugelfänger kannst du bei der Kettrollen nehmen. Ja. Was, was, wo, was? Kugelfänger. Achso. Wollte geschlagen? Ich, äh... Ich nicht. Achso, hier ist, ähm... Blutlinien-EP. Ich hab meine, ich hab meine Exo nicht. Ja, meine Axt fliegt hier oben. Da. Da schießt ihr schon, wie wild. Die Runde nehmen wir's auf. Ich weiß es. Ja. Oh, Hunde! Mhm. Können die Runde noch ein bisschen folgen hier? Ach, da ist ja sogar einer. Äh, hab ich den einen übersehen jetzt? Oh, das war's schon mit unten. Oh, das war's schon mit unten. Glaublich ne... ne Reise. Glaublich ne Reise. Glaublich ne Reise. Hm. Noch ein Geldsechstum? Ja. Hier oben noch Euro 1. Oh. Ja, da ist ja... Ah, ich war jetzt zu kurz. Ja, das... ...vierfach Impfung. Mhm. Ja, das war's schon. Hm? Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. Ja. Hör's schon. Ja. 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 im Ernst ja falls auch noch mal jemand ran möchte und nicht aufpasst ein Loot-Gyons wollen wir den Bouncy schrecklich machen oder was wollen wir machen? ist ja nicht so weit jetzt, ne? na los hmmm wie schreist Lasagne, eh oh, da ist noch ein Pferd oh, Creme überall geht hier noch ein Pferd Wahnsinn ich dachte das war schon tot Auaah was haben wir denn hier? bleichthüßig oh, da ist noch ein Pferd ja das und den Silent Killer und Flüsterschmied meine absoluten Fehlwolls mhm den Rest bräuchte ich gar nicht mhm entern oh Gott oh Gott ich will, ich will, ich will ich will, ich will ich will ich will ich will ja, mach wo ist jetzt meine zweite Axt? oh 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 komm oh 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 da werden wir am Ort unseres Todes also ganz hier was schönes und wir sterben bei uns oder nach oben oder nach oben zum anderen boss wir lassen die kommen ja mal gucken ob sie gierig sind oder runterkommen auf 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 Ja, das geht doch. Wollt ihr ewig leben? Ja, Call of Duty. Ich hab grad noch gesagt, wir lassen sie kommen. Muss einer wieder vorstürmen. Er ist doch tot. Genau. Ich hab schon länger nicht mehr gelegen, Alter. Was soll ich denn machen? Vermisst das Gefühl, ja? Ja. Oh. Bei mir ist einer. Bei mir auch. Also... Ist er oben drin oder was? Irgendwo oben drin oder ich weiß es nicht. Also einer ist weg. Das ist direkt auf jeden Fall neben mir um die Beule. Du hörst da einen, ja? Ja, ja. Der andere hat Hitsch. Ich würde dir helfen, aber ist wirklich geil. Wir sind... warte. Alle da drin. Ja. 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 Da steht auch ne Eckenheit vor mir, ey. Da steht auch ne Eckenheit vor mir, ey. Da steht auch ne Eckenheit vor mir, ey. Da steht auch ne Eckenheit vor zwei. Was... lebt der dritte noch, wieder? Also... Weiß nicht. Ich kenne nur die beiden. Ok. Aber der andere lebt, glaube ich, auch wieder, ja. Na gut. den zweiten hatte ich ja leider nur gehittet weißt doch stress machen so klop noch mal an open up fbi hier sieht man mehr auf der seite hier die kann man hier nicht mal hoch auch nicht hoch ich will ein spritz hohe Sachen ja liegen und stress machen kannst du diese blöde kack helf ich bin hier im kreis wegen den kack Bienen verdammt muss ich da ja auch noch hin koppau weil ne eine das heißt hier sind eher rechts im gebäude mal ein bisschen stress machen hier ich gucke sieht ja wieder aus hier im fenster oder was da ist ein schön da oben drin rum Ja. Früher war das Fenster, aber noch sehe ich keinen. Okay, der eine hat gerade seine Schattensicht aufgebraucht. Ja. Hört man ja so schön. Oh, da ist die Blaupause sehr schön. Sonst kann ich ruhig sterben. Mal gucken, ob der da wieder am Fenster ist. Ne, ne, ich ruf schon am Fenster. Die ist voll ein Mistvieh hier. Ach, du bist da oben. Hier oben ist die Herdsektion. Genau beim Gegner. Komm mit, nehm Angst. Ich muss noch nicht so leppig werden. Ich dich. Ne, überhaupt nicht. Für den Lebensschieß war ein Tod. Der fragt sich ja nicht. Warum nicht. Was ist das? Beide mehr auf der Seite. Dann geh ich da. Der fragt noch mal die Ruhe jetzt hier. Okay, das kann schon woanders. Aus dem Wald oder so. Hinter dir quasi. Warte mal. Ich bin jetzt genau da. Da. Das ist ein anderes Team. Ja. Oh, ich bin gleich gut. Ich bin gleich gut im Arsch. Ich bin gleich gut im Arsch. Ich liege, ich liege. Nein, du testest mich nicht. Kann ich nicht. Ich hab hier Zombie. Ich hab hier. Ich hab Blutung. Ich hab alles. Schön. Das hat sich aber schön hingelegt. Ja. Scheiße. Ich hab hier auch einen Weg. Hm. Hab ich noch? Ne, hab ich nicht. Ah, ne. Mir hab ich ja damit gerechnet. So ein Scheiß. Die anderen waren schon so lange raus. Also wir müssen aufpassen. Die können von da kommen. Und von hier. Die kommen aber von da, wie man hört. Schuss. 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 Einer ist weg. Blöder Zombie. Verschrocken ey. Der andere war ja eben weiter weg. Das war auf jeden Fall die, die mich auf dem Dach gekillt hat. Ist da hinten auch? Alter. Was denn hier? Wo war der? Weiter hinter. Nur wo ich den erschossen habe. Nur weiter hinter. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass es auch ein Duo ist. Das andere Team rennt raus. Oh. Fuck. Wollen wir mal. So viel. Ähm. Ich loot erstmal. Du liegst hier da oben. Gut, ne? Was? So kommen wir doch nicht hinterher. Ansonsten ist es bequem hier oben, ja? Sehr schön. Schön in der Sonne. Ich komme. Fuck. Ah, jetzt bin ich nicht so weit weg eigentlich. Ja, ja. Ja, ja. Alter Lootgeier. Leichtfüßig nochmal. Ich glaub einmal reißen. Das ist nicht viel. Wir sollten ja schweben. Na, schön geschlafen. Jo. So. Vielleicht gehen wir so. Ausgeschlafen. Mit dem guten Treffer, ja. Heiß was auf die Kackhügel da oben. So. 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 Seil. So. Toi. So. 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 weg, sehr schön schön ja, clear mega hast du 2 erwischt? lootet ihr da jemanden? ja hier liegen 2 nö schneller looten schneller schneller ja, nice coole runde die haben bestimmt gekotzt weil die haben sich das ganze Zeit rumgespielt genau ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020